Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch, wie man TNT Kanonen baut. Dazu zeige ich euch drei verschiedene mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die habe ich hier auch schon aufgebaut. Ich zeige euch jetzt erstmal einmal wie die schießen und danach zeige ich euch, was man braucht und wie man diese baut. So, hier haben wir erstmal die erste, das ist die simpelste und künstigste in dem Sinne. Hier muss man das TNT auch selbst platzieren. Das platziert man einmal. Ich kann das natürlich auch im Survival-Modus machen. Dann drückt man auf den Knopf. Und der schießt das Ganze. Man sieht auch schon, der schießt es auch nicht gerade schwach. Also man kann damit schon einiges erreichen, auch recht weit schießen. Aber auch wie man das noch ein wenig optimiert und ein bisschen in die Richtung bestimmt, auch das werde ich euch heute noch zeigen. Dann kommen wir zur zweiten. Diese ist schon mal ein wenig aufwendiger zu bauen, hat aber den Vorteil, dass man nicht mehr TNT das mal nachlegen muss, sondern das nur einmal hier in diese Spender bzw. Dispenser reinmachen muss. Hier muss man dann einmal auf den Knopf drücken. Es wird TNT gedroppt und direkt weggeschossen. Auch schön ist, dass die Munition hier aus zwei TNT besteht, weil wir hier vorne zwei Dropper haben. Das erzeugt nochmal ein bisschen mehr Schaden und streut noch ein wenig mehr. Jetzt kommen wir zur besten TNT-Kanone, aber auch schwierigsten, die ich euch heute zeigen werde. Hier haben wir wieder ein bisschen mehr Spender, die ein wenig Vortrieb erzeugen und am Ende nochmal vier Spender für die Munition, die dann auch noch von einer Redstone-Schaltung mehrmals betätigt werden. Hier müssen wir einmal den Knopf drücken und es wird mehrmals TNT platziert und dann verschossen. Dieser erzeugt mit Abstand am meisten Schaden, ist jedoch auch am schwierigsten zu bauen und verbraucht natürlich auch am meisten TNT. Für diese erste TNT-Kanone benötigt ihr erstens mal ein wenig Stein, wie das ich hier als Baumaterial verwendet habe. Das könnt ihr auch aus Obsidian machen, dann ist das zum Beispiel noch ein wenig stabiler. Aber wenn alles richtig zündet und man das richtig gebaut hat, reicht auch Stein oder Erde, je nachdem wie ihr das verwenden wollt. Dann benötigt ihr noch 8 Repeater, das ist auch die Maximalanzahl, man kann das auch mit weniger Repeatern machen, aber so zündet das TNT am spätesten und somit kann man am weitesten schießen. Dann benötigt ihr noch ein Wasser für dieses Wasser, das man hier ja auch erkennen kann. Das verhindert, dass die, die das Munitions-TNT wegschleudern, die Anlage beschädigen. Dann benötigt ihr noch 10 Redstone, ein Glas hier vorne, damit das Redstone-Signal abgeblockt wird. Dann könnt ihr hier für vorne entweder einen Braustand, einen Slap oder auch eine Leiter verwenden, um das TNT wegzuschießen. Die haben alle ein bisschen unterschiedliche Wirkungen. Wenn man jetzt einen Slap macht, dann hat man meistens einen etwas tieferen Schuss. Kann man, denke ich, ganz gut erkennen. Und mit einem Braustand hat man wieder einen etwas höheren Schuss. Das ist ähnlich zu einer Leiter. Je nachdem, was ihr dann nehmen wollt, ich würde entweder Leiter oder Braustand empfehlen, aber Leiter ist ein wenig günstiger. Nehmt ihr dann eins dieser drei Sachen. Zu guter Letzt benötigt ihr noch einen Knopf und natürlich TNT. Und dann können wir auch mit dem Bauen schon beginnen. Zuallererst müsst ihr euch natürlich einen Platz suchen. Ich werde die hier jetzt neben diese Kanone platzieren, damit ich hier auf die Wand weiterschießen kann. Aber dann, wenn ihr diesen Platz habt, müsst ihr erstmal drei Blöcke nebeneinander tun. Von denen geht ihr nun jeweils neun Blöcke nach vorne an den äußeren Rändern. Dann habt ihr schon mal die Basis dafür fertig. Jetzt könnt ihr einmal schon mal das Wasser platzieren und dann müsste das bis zum vorletzten Block hier fließen. Hier kommt dann die Leiter bzw. der Slab oder auch der Braustand hin. Ich mache das hier wieder mit einer Leiter. Und dann müssen wir uns nun noch um das Verkabeln kümmern. Was ich auch noch empfehlen würde, ist über die Wasserquelle einen Block zu setzen, damit man nicht dort aus Versehen TNT rein platziert und dann die Kanone kaputt geht. Dann könnt ihr euren Knopf platzieren. Ich würde den hier nach ganz hinten platzieren. Und könnt auf einer Seite schon mal komplett Redstone an der Seite legen. Bis zur Leiter bzw. eins davor. Und ans Ende setzt ihr nun einen Glasblock bzw. ich denke es geht auch wenn man überhaupt nichts hinsetzt. Und ans Ende, genau dort wo dann das Munitions TNT sein wird, werdet ihr hier einen Glasblock setzen. Das hat dann einfach einen Grund, dass das TNT dann nicht zur Seite geschossen wird, weil das ein bisschen zentrierter hier in der Mitte ist. Und zusätzlich dieses Redstone Signal nicht übertragen wird, da Glas kein Redstone überträgt. Jetzt könnt ihr hier einmal noch einen Redstone zur Seite legen und könnt dann euren Repeater platzieren. Das müssen wie gesagt nicht so viele sein. Ich mache das gerne mit vielen. Dann kann man die alle auf Maximum Ticks stellen. Und dann müsst ihr hier vorne noch einen Steinblock vor den letzten Repeater bzw. vor das Redstone setzen, damit das dann auf diesen übertragen wird und dann das hier liegende Munitions TNT befeuert. Jetzt könnt ihr das Ganze schon mit TNT befüllen. Auf den Knopf drücken. Und schon zündet das Ganze. Das fliegt nun recht hoch und explodiert recht spät. Falls ihr zum Beispiel wollt, dass es früher explodiert, könnt ihr hier die Ticks ein wenig verringern. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal zünden, könnt ihr sehen, dass das Ganze schneller explodiert. Wenn wir das Ganze jetzt noch mehr senken, dann explodiert das Ganze noch schneller. Falls ihr nicht ganz so weit schießen wollt, dann könnt ihr hier unten ein paar TNT weglassen, zum Beispiel nur vier platzieren und dann hier vorne wieder einen. Dann schießt ihr nicht so weit. Hier hat der jetzt auch schon in der Luft gezündet, weil ich hier schon sehr wenige Ticks eingestellt habe. Die könnt ihr dann zum Beispiel wieder erhöhen. Und damit kann man dann ein bisschen kontrollieren, wie weit man schießt. Kommen wir nun zur nächst schwierigeren TNT-Kanone. Hierfür benötigt ihr wieder ein bisschen Stein, beziehungsweise jedes andere Material, was ihr halt verwenden wollt. Dann wieder acht Redstone Repeater, ein Wasser, zehn Redstone, diesmal zwei Glas, dann neun Spender, beziehungsweise Dispenser, dann einen Knopf, wieder ein wenig TNT und eine Leiter, beziehungsweise ihr könnt ja auch verwenden einen Draustand oder einen Slab. Bauen tun wir die am Anfang relativ ähnlich, drei Blöcke nebeneinander. Diesmal gehen wir jedoch nur eins nach vorne und platzieren nun auf der einen Seite sieben Spender nebeneinander. Hinten wieder einen Stein dran und auf der anderen Seite vollständigen wir das mit Stein. Jetzt können wir hier vorne wieder eine Leiter, einen Braustand oder einen halben Block platzieren. Und jetzt können wir auch das Wasser platzieren. Über das Wasser wieder einen Block und jetzt hinten einen Knopf und Redstone verlegen. Wieder bis ein Block vor die Leiter und ein Glas hin. Diesmal allerdings noch eins drauf. Dann auf der anderen Seite wieder ein Redstone und acht Redstone Repeater. Hinten kommen nun zwei Spender übereinander, beide nach innen schauend. Jetzt könnt ihr noch ein wenig an den Repeatern regeln und müsst nur das Ganze noch mit TNT befüllen. Jetzt habe ich das Ganze einmal mit TNT befüllt und jetzt könnt ihr das Ganze schon mit dem Knopf auslösen. Wieder gilt hier, indem ihr die Repeater kürzer macht, explodiert das TNT schneller. Und auch hier könnt ihr wieder Sachen aus den Spendern rausnehmen hier, um zu erreichen, dass das TNT nicht so weit fliegt. Das war es dann aber auch schon mit dem ersten Teil dieses Tutorials. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es ja mit einem Daumen nach oben. Der nächste Part erscheint dazu spätestens in zwei Wochen am Mittwoch. Und damit würde ich sagen, bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020